Winter. Schneereicher Winter. Tief verschneit sind alle Verkehrswege. Doch die Eisenbahn fährt und schön und stimmungsvoll sind die Bilder von der Eisenbahn im Winter. Wir fahren immer, sagen wir mit Stolz von unserer Eisenbahn. Aber es muss oft hart gearbeitet werden, um es auch im Winter bei Eis und Schnee zu beweisen. Die Weichen und Gleise müssen frei sein, so schnell wie möglich. Wir schaffen es. Wir haben es immer geschafft. Wir haben es.